Herzlich willkommen bei Maestro. Sie sind aus Polen, leben seit 1983 in Deutschland und haben am Konservatorium in Hannover und am berühmten Mozarteum in Salzburg studiert. Die eine heißt Anna, die andere Ines. Maestro porträtiert die beiden Walachowski-Schwestern mit vielen Musikbeispielen aus Werken von Mozart, Chopin, Rachmaninoff und Poulenc. Musik 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 Wir sind in Polen geboren und sind dann im Alter von 14 und 16 nach Deutschland gekommen und haben die musikalische Grundausbildung noch in Polen gehabt und als wir dann nach Deutschland kamen, haben wir zuerst Gymnasien hier besucht und haben dann anschließend in Hannover an der Musikhochschule und in Salzburg am Ozzertion studiert. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020